Ich dachte, er führt mich zu einer Sternmünz, aber... Okay. Ist auch cool. Kein Ding, Digga. The Green Switch Palace. Den ich immer noch nicht erreiche. Toll. Ich weiß gar nicht, warum ich dachte, ich hätte den grünen Schalterpalast erreicht. Es war halt überhaupt kein Weg in... Welt C, Sky City. Manta Raid. Okay. Das sieht nur bedingt geil aus, weil... Luftwelten, naja. Wenn es gut macht, kann geil werden, aber... Ich bin skeptisch. Machen wir... Also machen wir das nächste Mal. Welt C. Schließen aber heute trotzdem noch... Also ich schließe heute noch Welt 4 ab. Ihr wahrscheinlich nicht mehr heute, aber generell so. Helltop Town. Dann machen wir es nochmal. Ich glaube, jetzt nachdem ich das Geheimnis entdeckt habe, muss ich nicht mehr so skeptisch sein. Also ich darf auch noch... Ich sollte auch noch, aber... Ich glaube, es reicht jetzt mit einem halben Augen zu schauen. Nicht mehr so drastisch wird. Nicht mehr so drastisch. Oh, ja. Wow. Wow. Yes, yes, yes. Skillet zum Müll. Schön, dass die Stadt unter Wasser steht. Ist ja auch ganz geil. Komm ich da irgendwie... Da sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwie großartig was. Nein, ach so. Ich bin noch... Na, ich bin noch nicht gelandet. Ah. Deswegen lässt mich das Spiel nicht. Okay. Irgendwelche großen Items. Was ist denn da oben zum Beispiel? Außer Münzen. Außer Münzen nichts gewesen. Was ist denn da oben? Hallo? Ach so, da komme ich sowieso hin, oder was? Okay. Eine Röhre. Interessant. Und eine Sternmünze. Sag bitte die zweite, bitte die zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Hauptsache klingt geil, ne? Was ist denn hier? Das ist an Münzen nichts gewesen. Okay, die Arschfalte der Welt. Das ist eine Sternmünze. Schau mal da unten. Mir sieht es so ganz leicht. So ein bisschen am Blinken und Blitzen. Wie komme ich da hin? Ah, warte mal. Ich habe, na, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Komme ich irgendwie? Komme ich hier unten durch? Nicht! Oh, okay. Damit habe ich nicht gleich. Ich dachte, ich kann unten durch und dann durch so versteckte Wände darüber und dann unten rein. Und, ja, passt zu diesem Setting hier irgendwie, ne? Ähm, wieso? Aber wie? Und, aber, und, ich und all, ähm, aber all. Was? Was? Was, 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 was? Komm ich hier gar nicht rein? Scheinbar ja nicht. Warum gehe ich eigentlich nicht in diese Röhre da oben? Weil ich nicht kann. Okay, das ist, ah, ne, bin ich rausgekommen gerade oder was? Ich glaube, ich bin da gerade rausgekommen. Aber hier komme ich auch nicht durch, ne? Ne. Vergiss es. Okay, ich spiele jetzt, bevor du mich jetzt, äh, bin ich etwas ratlos. Das ist das zweite echte Rätsel jetzt. Wie ich da rankommen soll. Muss ich vielleicht irgendwas aktivieren? Irgendein Fragezeichenblock und dann, ja, und hier und, ihr wisst schon. Hier zum Beispiel. Hier kann ich, ah, hier vielleicht, hier, bitte, bitte. Ah, yes. Und ich komme hier wirklich nur so rein, alles klar. Es konnte nicht sein, dass die geheime Röhre irgendwas anderes macht. Ich habe den Geheimausgang. Es fehlt noch eine Sternmünze. Was soll dieses Ding sonst, oder hätte dieses Ding sonst bewirken? Sollen gar nichts, ist die Antwort. Und ich sage, danke. Mario Time. Und der Richtige war tatsächlich der für die grüne Schalte Ballast. Yes. Das war das eineinhalbste richtige Rätsel, könnte man vielleicht sagen. Und jetzt kann ich hier, oder was? Ah, okay. Warte mal, jetzt warten wir ein bisschen. Und dann. Drei, zwei, eins. Leben, 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 Leben. Ich brauche es ja so, so dringend. Ich habe nur 87. Nein. Hilfe. Hallo, Lui. Nee, Mario. In irgendeinem Anzug. Glaube ich. Weiß ich nicht. Zack. Das ist immer sehr schön, grafische Elemente zu vertonen. Das ist eine Riesenidee auch. Hammer. Gut, das war es scheinbar der Nebenweg. Dann machen wir jetzt uns auf den normalen Weg weiter. Rooftop Pop. Rooftop Hip-Hop. Was geht? Dürfen wir also über die Dächer der Stadt springen. Haben wir aber noch ein... Oh. Cooles Ding. Also haben wir auf jeden Fall noch ein... Probellerhut. Genau. Ich will die Frage, ob ich hier runterfallen darf, mal ungeklärt lassen. Weil ich habe das Gefühl, nein. Was sollte ich... Runterfallen ist... Was? Wie hätte ich denn das wissen? Na. Das war ein purer Zufall. Das hatte weder was... Ich hatte weder Intuition noch gar... Ich bin da einfach und dann... Und wow. Manchmal belohnt das Spiel einen auch, dass man es rasiert. Das Spiel wollte mal wieder rasiert werden. Loni ist da und kriegt den Preis. Oder wie sieht es aus? This is weird, man. This is weird. Was ist zum Beispiel da oben? Also es gibt, glaube ich, auch nicht mehr als eine Ranke im Spiel. Wow. That was wack. Nicht mehr als eine... Wo bin... Ach, ich bin an diesem kleinen Holzkack-Ding da... Oder was? Ist ja auch nicht euer Ernst. Oh. Na gut. Aber mit dem Pilz will ich trotzdem starten. Dass ich das Item Klasse 2 mitnehmen kann. Dass ich mich anders hinsetzen kann. Mein Fuß wird es mir danken. Mein Fuß wird es mir danken. Ich hoffe... Ich hoffe mal, ich komme jetzt auch so einfach hin. Ich meine, ich gebe zu. Ja, ich gebe zu. Ich hätte es näher untersucht, diese Sache. Ich gebe zu. Ich hätte mal, ne, vielleicht... Überlegt, dass da was sein könnte. Okay, wir haben mal geguckt und dann... Oh, kann man... Ja, vielleicht kommt man da drauf, aber... Zufall. Mario am Ruckeln? Nein, nein, Quatsch. Das war ja schon... Nee, das war schon vorher kaputt, Junge. Und raus. Und jetzt vielleicht nicht zerstört werden. Ich hoffe jetzt einfach mal, weiter links ist nichts. Wenn mir irgendwas fehlt am Ende, dann weiß ich, es war weiter links. Dann kommt die Einsicht zwar spät, aber sie kommt immerhin. Dann kommt die Einsicht immerhin. Genau. Ah, ich bin dann wirklich auf diesem kleinen Holzeck da und dann... Hat das Spiel gesagt, ich rutsche. Und dann ist das Spiel mir in den Buckel runtergerutscht oder was? Nein, 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 nein. Spiel, mach kein... Mach kein, äh... Wack... Wackshit. Item, danke. Don't need that, but thank you. Ich liebe das Spiel übrigens auch. Wer es nicht wusste, ich liebe das Spiel. Cool. Sollte ich da hin? War das Kunst oder... Sag bitte nicht, das ist der reguläre Weg. Das wäre ein relativ schwerer regulärer Weg gewesen. Und es... Ah, alles gut. It all turned out well. Loni has got the Sternmünze. Alles auf Englisch, aber dann am Ende... The Sternmünze, Loni. Ries... Rieige Hammer-Idee auch. You're English and shit. Und ich kann da unten weiter, gut. Alter, warum... Der springt da jetzt echt drüber? Was soll denn das? Ich glaube nicht, dass ich ihm das erlaubt habe. Also, nochmal. Ob ich diese Münzen wirklich holen sollte? Ja, das weiß ich nicht. Ich mach's einfach mal. Ja, ja. Und reicht. Vom Propeller. Nein. Aber ist auch geil. Propeller wäre noch geiler gewesen. Kann ich? Ich kann durch diese Wand durch. And I'm on my way to WrestleMania. Was? On the way to Star Wars. Oh, fuck. Was ist da? Alter, ich denke, da ist was. Und dann ist da... Spierst du mein. Oh. Ich find das auch mit dem Raussoomen cool, dass man ja wirklich alles sieht. Das ist ne sehr gute Idee. Denn Blindjumps sind scheiße. Auch hier kein Geheimgang. Ich hatte ein bisschen Angst, weil da unten war das Haus, aber der reguläre Weg und so. Hätte ein Geheimgang werden können. Alles gut. Ein Challenge aus. Ich mach die Musikhäuser zwar lieber, aber das sollten wir auch hinkriegen. Als kleiner Mario können wir jetzt halt Nachteile haben, weil wir halb so viel auf einmal einsammeln können. Wegen fehlender Höhe. Oh, weck, 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 weck. Ja, genau das meinte ich. Das wäre als großer Mario nicht passiert. Nein. Oh, komm. Oh, komm. Könnte... Das könnte eng werden. Könnte aber auch geil werden. Reicht. Nein, nein. Oh. Man, mir kein Herzkummer, Mario. Was soll's? What? Give it. Give it. Stern. Oh, oh, nice. So kann ich arbeiten. I can work with that. Sucker. Boah, schon wieder gespeichert. Schon wieder schön. Schon wieder geil. Schon wieder wunderbar. Gib mir ein Thunderbridge. Thunderbridge. Pilz. Geh mal an. Pilz. Das sieht nach sehr viel Spaß aus. Aber der Regen sieht geil aus. Sieht trotzdem noch sehr viel Spaß aus. Ich glaube, beim Regen wollten sie nicht so viel FPS verschwenden. Wow, komm mal klein, Junge. Beim Regen wollten sie nicht so viel FPS verschwenden, sag ich nur. Also es kommt da so ein bisschen statisch vor. So ein bisschen. Ne? Also es leckt nicht. Man sieht ja, Mario leckt. Mit Leck ist hier überhaupt nichts. Alles flüssig. Das ist nicht das Problem. Okay. Macht die Wolke einen Hit oder? Na wahrscheinlich schon. Das wäre sonst irgendwie dämlich. Was soll die Wolke sonst machen? Luni, komm mal klar. Okay. Das ist sehr nett. Dankeschön. Okay. So kann man auch ablacken. Na gut. So gut ich auch gerade spiele, meine Nase juckt immer wieder. Und das nervt. Don't juck, Nase. What the... What the... Dude. Seriously. Lass es. Nase, lass das. Oh, nice. So macht meine Bitches kaputt. Haka die Donnerwolken. Ah, natürlich kommst du wieder. Man durfte ja wohl mal Träume haben oder was. Also hier ist nichts, hier ist nichts. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Boah. Oh, es wurde sowieso absorbiert. Na, danke. Okay. Nee. Nee, was war das denn? Ich bin mega in die Röhre rein gespielt. Fick dich. Seriously, fuck you. Okay. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nichts werden. Das wird nichts werden. Also ich glaube, da war eine Sternmünze drin. Ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und ich darf echt alles nochmal machen oder was? Fuck. Ja, gut, dann schon ohne Sternmünze. Äh, zwei, aber... Schön gemacht. Wie soll ich denn da hochkommen, du Witz-Bollspiel? So. Aber hier muss ich gar nicht hoch, oder was? Ui! Hier muss ich hoch. Nein, 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 nein. Nice, 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 nice. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Also ich glaube, ich möchte in den Blitzstrahl irgendwie nicht reinkommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, Nummer drei. Ihr habt's gewusst. Und wenn das Ding mich verarscht, selber schuld. Habe ich nicht gesehen, Mist. Ja. Hier geht's noch weiter. Was ist hier drüben? Gar nichts mehr. Und deswegen will ich es auch gar nicht wissen. Raus hier. Wenn da noch was ist, ich kann es hier im zweiten Anlauf rausfinden. Ich muss ja so wieder nochmal rein. Das war gut getimed. Arata. Wenn man genau hinschaut, dann könnte man auch sehen, dass der Regen sich immer so vor- und zurückbewegt. Also ein Bild, ne? Im einen Bild geht's vor- und im anderen wieder in die Ausgangsposition. Kam mir irgendwie so vor, weiß ich auch nicht. Ja, es ist ein normaler Ausgang. Heißt, ich muss nur eine einzige Mistmüllmünzen. Kack, Scheiße, Fickmüll. Nicht gut. Nicht gut. Bestes Fazit am Ende. Nicht gut. Null. Ich weiß auch nicht, ob das einen Hit gibt oder ob ich dann direkt, ne? Ob ich dann direkt bei den Toten begraben werde. Ich werde wohl kaum bei den Lebenden begraben, Loni. Was wirst du denn? Where can I see? Ui. Alles gut, alles gut. Oh, wie viel Glück gehabt. Alter, ich lache mich hier durchs Spiel. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich nicht mehr feierlich, wirklich, was ich hier abziehe. Ich sollte mich schämen. So ein Lacker zu sein. Ah, ich habe geahnt, dass du hier genau zwischendurch schießt. Nein. Alles gut. So, hierzwischen muss ich nicht mehr spielen. Danke. Ich will doch gar nicht drauf springen. Egal, ob ich es könnte oder nicht. Ich will es nicht wissen. Warum ist die Wolke kaputt gegangen? Weil Mittelpunkt ist, oder wie? Wahrscheinlich, weil Mittelpunkt ist. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, Wolke. Komm mal her. Hast du Bock, mich zu britzeln? Oder wie das? Ah, nee. Ah, du bist wack. Ach, schade. Ja, für die Wack-MC's, denen kann ich nicht helfen. Wem ich helfen kann, ist mir selber. Nein, nein. Okay. Ne, ich wollte extra ein bisschen abwarten, dass ich ja nicht, ne, und so. Ist, glaube ich, verständlich, oder? Alter, lass mich... Fick dich. Fick dich. Ja. Bumm. Kannst ja so glauben, dass ich mir jetzt ein Helikopterhand so cool. So glauben kannst du das. Lass mich doch nicht nochmal verarschen hier. Thunder Spasti. So, jetzt drehen wir nochmal Tacheles, mein Freund. Es scrollt zwar und es ist sehr nervig. Keine Pointe. Es scrollt zwar und es ist sehr nervig. Punkt, 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 Punkt. Ich sollte vielleicht nicht so knapp von A nach B ziehen. Jetzt kann ich von A nach B ziehen. Jetzt ist es kein Problem. Nein, nein, nein. Ich würde meinen Propelleranz überhalten. Und wenn nicht, ich würde es ja trotzdem nochmal durchprobieren. Aber unnötig verschwenden muss nicht sein. Was auch immer drüpp-drüpp-drüpp heißen soll, aber egal. Und rüber. So, wo schießt er seinen Blitz ab? Wo schießt der alte Wichser bitte seinen Blitz ab? Ist was? Ah, okay, wenn ich den Dings berühre, dann ist es wirklich... Äh, Sense für Donnermann. Donnermann schreitet zur Tat. Hm, na klar. Ich hatte schon kurz Angst, dass er mich direkt trifft, aber... Noch? Auf noch ist alles gut. Hat der eigentlich ein vorgefestigtes Muster oder orientiert er sich an mich? Da bin ich mir nicht sicher gerade. Ne, der orientiert sich an mir. Gerade hat er nicht dahin geschossen. Hoppa, runter. Alles gut, ich muss nur einen einzigen... Nein, 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 nein. Nein, nein. Fuck, fuck. Nein. Ich kann da nicht rein, oder was? Ach. Ich bin nicht sauer. Wie konnte ich denn das verfehlen? Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht sauer. Vielen Dank.